Das war's! Wunderbar! Ausgezeichnet, wunderbar, fantastisch! Wo bist du, mein Bauer? Wo bist du, mein Bauer? Der müsste doch dort stehen. Schwarz. Du hast ihn mitgenommen. Du hast ihn gestohlen. Du bist bereit, Mr. McGowan. Den Bauer nach F5, das ist der vorgeschriebene Zug in dieser Lage. Ja, unser letzter Zug war ein vorgeschriebener. Nur keine Angst, meine Herren, den Zügen beraten zu dürfen. Das müsste Sie doch interessieren. Ich glaube kaum. Sie entschuldigen mich jetzt. Sie werden verstehen. Aber Herr Centrovich muss jetzt allein sein. Er darf nicht gestört werden. Warte noch. Schwarz. Sch hover. Oh! Ja. Hahaha! Vielen Dank.